Ja hallo Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge gibt es einen Quick-Tipp und zwar zeige ich euch drei verschiedene Wege, wie man Video-Files in Premiere Pro CC importieren kann. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie ich Video-Files hier in mein Projekt in Premiere Pro CC importieren kann. Die einfachste Variante, die ich nutze, ich erstelle mir hier einen neuen Ordner, schreibe hier mal rein Video-Files-2. So, dann öffne ich diesen Ordner, um die Files gleich hier rein zu importieren. Und als erste Möglichkeit klicke ich hier rein mit der Maus, mit einem Rechtsklick und kann dann hier unten auf Importieren klicken. Dann öffnet sich mir dieses Menü und ich kann hier meine Video-Files in meinem Finder suchen und sie dann auch entsprechend importieren. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses File und importieren es und schon ist unser erstes Video drin. Mit einem Doppelklick habe ich dann die Vorschau hier in meinem Vorschaufenster drin. Ähnlich analog dem gibt es auch die Möglichkeit hier oben über Datei und dann hier auf Importieren klicken. Und dann öffnet sich wieder das gleiche Menü hier und ich kann hier wieder mein Venue auswählen und das hier importieren. Variante Nummer 2 ist dann hier über den Medienbrowser. Ich gehe hier auf das Reiterfeld Medienbrowser. Dann sehe ich hier so eine Vorschau von meiner Festplatte. Ich klicke dann hier wieder auf den entsprechenden Ordner, hier auf meinem Demo-Video. Dann habe ich hier dann die verschiedenen Videoclips drin mit einem einfachen Mausklick hier drauf und drüber fahren. Dann sehe ich das Video in der Vorschau hier. Wenn ich dann das Video importieren will, doppelklicke ich und das Video wird importiert. Gleichzeitig wird es hier oben auch gleich in meinem Vorschaufenster angezeigt. Ich ziehe das mal hier rüber und sobald ich es hier rüber gezogen habe, ist es hier unten auch importiert. Dann ziehe ich das hier rein und schon habe ich ein weiteres Video auf eine weitere Variante importiert. Eine weitere Möglichkeit das zu importieren, ich klicke mal wieder hier drauf, dass ich hier wieder meinen Ordner richtig geöffnet habe, ist hier über den Browser oder über den Finder direkt. Ich habe hier den Ordner mit meinen Videoclips geöffnet auf dem Desktop und kann dann hier das Ganze, hier einfach das Videopfeil nehmen, mit der Maus markieren und mit gedrückter Maustaste das hier rüber ziehen. Und schon habe ich auch das hier drüben importiert. Mit einem Doppelklick erscheint mir dann das Video hier in meinem Vorschaufenster. Ja, ich hoffe euch hat dieser kurze Quick-Tipp zum Thema Importieren von Videofiles gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, vergesst doch nicht hier oben meinen Kanal zu abonnieren und auch nicht die Glocke zu klicken, dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video oder Quick-Tipp mehr hier auf diesem YouTube-Kanal. Wir sehen uns sicher wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit und bleibt wie immer kreativ. Bis bald. Tschüss.